Hallo, ich bin Benni von Wuttmeiser Deutschland. Heute möchte ich euch eine unserer neuesten Maschinen vorstellen, den EG 300 in der Mobilvariante. Was ist das Besondere an dem EG 300 Mobil? Er vereint einen Besäumer und eine Mehrblattkreissäge in einem und das Ganze natürlich noch mobil. Basierend auf der tausendfach auf der Welt schon bereits getesteten EG 300 stationär. Mit dieser mobilen Variante kann man auch an abgelegenen Orten Holz verarbeiten, flexibel, effizient und leistungsstark. Warum braucht jedes Sägewerk ein Besäumer? Um unbesäumte Bohlen schnell, sauber und gleichmäßig aufzuarbeiten, braucht man eine Maschine wie den EG 300. So holt man das Maximum aus jedem Stamm raus. Mehr Holz, weniger Verschnitt, mehr Ertrag. Mit einem Besäumer kann man die Produktivität deines Sägewerkes um bis zu 30 Prozent steigern. Was kann der EG 300 Mobil? Der EG 300 Mobil kann Bohlen bis zu einer Breite von 550 Millimeter und einer Stärke von 60 Millimeter auftrennen und optional kann er nicht nur mit zwei Sägeblättern, sondern bis zu fünf Sägeblättern ausgestattet werden. Dank des Schnittstärkenrechners am schwenkbaren Bedienpult kann man die Breite exakt einstellen. Für den Transport wird das Bedienpult einfach heruntergeklappt und mit Schnellverschlüssen fixiert. Vier Vorschubrollen sorgen für sicheren Transport und präzise Schnitte. Der EG 300 Mobil hat einen 18,5 kW Elektromotor. Am Schaltschrank zeigt ein Amperemeter den Stromverbrauch an. Für einfaches Handling gibt es vorne und hinten Tische. Der Einfuhrtisch hat einen verstellbaren Anschlag zur Ausrichtung. Oben angebrachte Rollen helfen beim Zurückführen des Materials. Der Ausfuhrtisch lässt sich für den Transport hochklappen. Zur Kontrolle der Schnittbreite kann der Bediener entweder eine Skala oder den optionalen Satz von zwei Lasern verwenden, von denen einer fest und andere beweglich ist. Die Anhängerkupplung wird während der Arbeit oder bei stehendem Fahrzeug zur Seite geklappt, um Platz zu sparen. Zur Abstützung sind vier verstellbare Füße vorhanden. Die Rückleuchten oder Kotflügel müssen für den Betrieb nicht entfernt werden. Das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers beträgt 1500 kg. Die Stützlast beträgt 70 kg. Ein praktischer Werkzeugkasten wurde hinzugefügt, um wichtige Werkzeuge oder Sicherheitsausrüstung zu transportieren. Woodmeiser bietet, wie auf alle Maschinen und Sägewerke, eine zweijährige Garantie und einen erstklassigen Kundenservice. Für mehr Informationen schaut bei uns auf unserer Internetseite vorbei oder ruft uns an. Farbe und Sägewerke Tutorial chen Siegetua Siegeta in Ein En Siegeta Lehr